Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA zu einer kleinen News-Episode. Falls euch diese Episode gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar mit eurer Meinung da. Das Ganze soll auch ein kleiner Reminder werden, dass wir Samstag auf Sonntag nach den letzten UFC-Pay-Per-View von 2020 sehen werden. Im Co-Main-Event haben wir Tony Ferguson gegen Charles Oliveira und im Main-Event haben wir Davison Figueredo gegen Brandon Moreno. Davison Figueredo, der vor zweieinhalb Wochen schon mal gekämpft hat, Brandon Moreno ebenfalls, Figueredo damals im Main-Event, Brandon Moreno damals in den Prelims. Nun kämpfen die beiden gegeneinander, damit verteidigt Figueredo sein Gürtel. Zweimal innerhalb von nur drei Wochen, beeindruckende Leistung. Tony Ferguson wird ebenfalls kämpfen. Was dürfen wir von Tony Ferguson erwarten? Ein großes Fragezeichen ist natürlich, wie gut und ob er sich von dieser Niederlage gegen Justin Gaethje erholt hat. Damit meine ich jetzt nicht körperlich, sondern vor allem auch mental, weil nach einer 12-Fight-Winning-Streak so eine Niederlage schon verheerend sein kann für einen Kämpfer. Ich denke, Tony Ferguson wird stärker zurückkommen als vorher und wird im Oktagon gegen Charles Oliveira abliefern. Charles Oliveiras Headcoach darf nicht bei UFC 256 dabei sein, weil er positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Bedeutet, Charles Oliveira muss dort auf seinen Headcoach verzichten. Ansonsten gibt es noch die spannende News, dass Anthony Rumble Johnson vermutlich zu Bellator zurückkehrt und nicht zur UFC. Er wird dort wahrscheinlich in das Light Heavyweight gehen. Schade, dass er nicht zur UFC zurückkehrt, sondern zu Bellator. Aber so ist das Fight Game manchmal. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem News Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Haut mal eure Prognose für Tony Ferguson vs. Charles Oliveira und Davison Figueredo vs. Brent Moreno unten rein. Und damit würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.